Am 22. Juni 1943 eine Aufklärergruppe aus dem 820. Schützenregiment der 117. Schützendivision aus dem Bestand der 22. Armee der Südwestfront vernichtete eine 15 Mann starke deutsche Gruppe von der drei gefangen genommen wurden aus dem Grenadierregiment 272 der 93. Infanteriedivision. Dabei erbeutete die sowjetische Aufklärungsgruppe vier Stück der neuen deutschen Waffe, die in den Aufklärungsdaten als Maschinengewehrkarabiner bezeichnet wurde. Bereits ab Mai 1943 haben die Feldchirurgen auf diesem Frontabschnitt in der Nähe der Stadt Holm aus den Körper verwundeter Soldaten Kugeln mit neuartigem Kaliber rausgeholt. Von der Form erinnerten diese Kugeln an ganz normale Gewehrkugeln. Jedoch betrug die Länge der normalen deutschen Gewehrkugeln 35 mm. So waren diese Kugeln 25,6 mm lang. Radius an der Verengung der Kugel betrug 31 mm gegen 95 bei der Gewehrkugel. Das Gewicht der Kugel war gleich dem der Parabellumkugel. Erst vermuteten die Sowjets, dass die Deutschen erleichterte Kugeln entwickelt haben für ihre Karabiner 98K zur Reduktion der Kosten des Metallverbrauchs des Gewichts der Kugel, des Rückstoßes und Verbesserung der Ballistik und zur Erhöhung des mitgeführten Munitionsvorrats. Doch bereits am 6. Juni hat ein gefangener Deutscher verraten, dass in ihrem Regiment eine neue Waffe gerade erprobt wird. Diese heißt Maschinenkarabiner. Ab dem Zeitpunkt machten sowjetische Aufklärer Jagd nach der neuen Waffe und diese Jagd endete erfolgreich am 22. Juni. Bereits drei Wochen später, am 15. Juli 1943, fand in der Sowjetunion eine Besprechung der Volkskommissare für Bewaffnung statt. Bei dieser Besprechung wurde den Vertretern verschiedener Waffenkonstruktionsbüros diese neuartige deutsche Waffe vorgeführt. Diese Besprechung sollte zum Wendepunkt der gesamten sowjetischen Waffenentwicklung werden. Wenn diese Waffe ein paar Monate später erbeutet worden wäre, wäre in der Sowjetunion die Lizenz zur Herstellung der amerikanischen 30er Kerbeinpatrone gekauft worden. Dazu wären in den USA die entsprechenden Produktionsmaschinen bestellt worden. Jedoch bei dieser erwähnten Besprechung wurde beschlossen, dass das Konstruktionsbüro 44 einen Pendant zur deutschen Kurzpatrone entwickelt. Die Waffenkonstruktionsbüros sollten bereits mit der Entwicklung eines leichten Maschinengewehrs, einer Maschinenpistole und einer Selbstladekarabiner für die neue Patrone beginnen. Der bei dieser Besprechung anwesende Wladimir Förderow, der Entwickler des Automatförderow, eines automatisch schießenden Gewehrs für eine verkleinerte Gewehrpatrone, erinnerte sofort alle Anwesenden daran, dass er bereits seit 18 Jahren darauf besteht, die kleinere Gewehrpatrone in Dienst zu stellen. Doch ihm wurde gesagt, dass es vorher keinen Bedarf an einer solchen Patrone gab, denn die Gegner hatten ja auch nicht sowas. Und da man jetzt sieht, dass sie recht hatten, da die Deutschen jetzt auch so eine Patrone haben, werden wir jetzt eine eigene Patrone entwickeln. Doch das von Förderow gewünschte Kaliber von 6,5 mm war nicht Standard für die sowjetische Armee. Zudem wäre die Kugel mit einem Kaliber 6,5 mm bei gleicher Energie um 7 mm länger und um 2 Gramm schwerer als eine Kugel mit einem Kaliber von 7,62 mm. Deswegen wurde die Frage des Kalibers 6,5 mm auf bessere Zeiten verschoben. Jedoch wurde einer der Vorschläge von Förderow angenommen, denn als Basis nahm man die vom Förderow in den 20er Jahren entwickelte Hülse für die Mittelpatrone, die er für seinen Automatförderowag entwickelt hat. In diese Hülse wurde die Kugel mit dem Standardkaliber 7,62 mm platziert. Dieser Vorschlag ersparte den Entwicklern sehr viel Zeit. So wurden bereits am 3. September zwei Varianten der neuen Patrone vorgestellt. Zwei weitere Wochen später waren bereits die Blaupausen für die Kammer für die vom Rad der Volkskommissare ausgewählte Patrone fertig. Bereits am 15. November hat die Kasanische Patronenfabrik Nummer 543 bereits die erste Charge der neuen Patronen produziert. Die Kasanische Patronenfabrik entstand durch die Evakuierung der Voroshilowgrada Patronenfabrik nach Kasan. Die Hülse der ersten Variante der Patrone war 41 mm lang. Die Kugel unterschied sich auch sehr stark von der, die später in Serie gegangen ist. Anstatt eines Stahlkerns hatte sie einen aus Blei. Zudem fehlte bei der Kugel die Verjüngung im hinteren Teil, die die Unterdruckzone hinter der Kugel reduziert. Diese entsteht durch Luftverwirbelungen hinter der Kugel. Diese Verjüngung hielt man für überflüssig, dass sie nur dann was bringt, wenn die Kugel langsamer als der Schall fliegt. Und das geschah bei dieser Kugel erst nach 600 Metern. Jedoch stellte sich bei Probebeschuss raus, dass im Vergleich zur normalen Gewehrpatrone, die aus dem Lauf gleicher Länge verschossen wird, mit einer Länge von 520 mm, die neue Kugel eine sehr viel schlechtere Streuung aufweist. So streute die normale Gewehrkugel auf einer Distanz von 100 Meter im Durchschnitt ca. um 3,5 cm. Aber die neue Mittelpatrone streute im Durchschnitt um 6 cm. Den Grund für diese hohe Streuung fand man erst sehr viel später raus, und zwar im Jahre 1947, als man versuchsweise den Bleikern der Kugel durch einen Stahlkern austauschte. Dann fand man raus, dass beim Schuss durch den Druck der Pulvergase in den Kugelunterboden sich der weiche Bleikern verformte. Die Kugel wurde in der Länge gestaucht, dabei vergrößerte sich der Durchmesser. Das geschah jedoch nicht gleichmäßig, so dass eine Exzentrizität entstand. Durch diese Exzentrizität wich die Kugel stärker von ihrer Flugbahn ab nach dem Austritt aus dem Lauf. Da Stahl leichter als Blei ist, musste die Kugel verlängert werden, um das gleiche Gewicht zu behalten. Das 8 Gramm betrug. Damit die Gesamtlänge der Patrone gleich blieb, musste die Kugel tiefer in der Hülse versenkt werden. Das senkte aber das freie Volumen in der Hülse drin. Um also wieder an Volumen zu gewinnen, gab man der Kugel wieder die Verjüngung am hinteren Teil, die man anfangs nicht machen wollte. Trotzdem schaffte man es nicht, die vorgegebenen 8 Gramm Gewicht einzuhalten. In der Endkonfiguration wog die Kugel 7,9 Gramm. Da die Kugel jetzt in der Hülse tiefer versenkt war, musste der Hülsenhals jetzt gekürzt werden, um etwas Material einzusparen und um die Kräfte zu reduzieren, die nötig waren, die Kugel aus der Hülse rauszureißen. Und somit mehr Energie für die Kugelbeschleunigung freizustellen. Und seitdem heißt diese Patrone 7,62 x 39, statt wie vorher 7,62 x 41. In Wahrheit ist die Hülse nur 38,5 mm lang, aber dieser Wert wird aufgerundet in der Bezeichnung. Trotz der Mängel, die bei den Erprobungen im Dezember 1943 festgestellt wurden, lief die Serienfertigung dieser Mittelpatrone bereits im März 1944 an. Und am 7. Mai 1944 starteten bereits die Konkurserprobungen der zu dieser Patrone erschaffenen Maschinenpistolen, die man heute Sturmgewehre nennt, die damals in Sowjetunion Automat genannt wurden. Zu den Favoriten zählte der Automat Sudayva, also Sudayevs Maschinenpistole. Das war's, vielen Dank für die Aufmerksamkeit Freunde und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.